Übergang TV Ein Moped. Hier ist Plastik. Die Leute lieben Dosenbier und Dosen Cola. Flaschenbier ist auch beliebt. Schau mal, die haben Perlmutt-Säulen. Die haben die extra hoch gebaut, zwecks Tsunami. Ich halb frei und da vorne so eine gute Idee ist. Das ist schon schön. Hallo, hallo. Die Sonne ist jetzt gerade weg. Bitte, bitte. Andern ist Wasser. Der hat dir die Kugel gemacht. Der bringt mir neue Kugeln. Und er hat eine neue Kugel dahin getan. Und noch eine Kugel. Also, er hat sie nicht eracht. Der hat sie nicht eracht. Ich habe eine Kugel gemacht. Wir sind süchtig, wir sind so süchtig nach Morning Glory. Das ist das Zeug hier, extra viel Knoblauch und extra viel MSG. Schauen, was macht die Time Motor? Die Time Motor haut einfach nur den Knoblauch ganz rein, zerquetscht ihn einmal, damit der Flavor rauskommt und Morning Glory veredelt wird mit MSG. Benzinsparen. Benzinsparen. Das ist ein Highland. Ja. Das ist ein Highland. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, was der Pirat und Wikinger macht heute. Hier gibt es schlechteste Frühstück der Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben den Trip gebucht. Und dann kommen wir dahin und dann gibt es den Trip heute gar nicht. Was da von der Bierbrauerei trinken wir die ganze Zeit?